Alle Jahre wieder die berühmten Salzburger Festspiele. Was macht Sie für das so besonders, dass das so ein Pflichttermin ist? Das ist wirklich erstaunlich, weil wir ja in Wien auch sehr viel Kultur haben, aber es ist einfach etwas ganz einzigartiges und das darf man auf keinen Fall versorgen. Da freuen wir uns das ganze Jahr immer drauf. Es ist für mich nicht nur ein Pflichttermin, sondern absolutes Highlight. Als Salzburgerin komme ich natürlich ganz gerne hierher und es ist so schön, dass auch das Wetter heute schön ist, dass so viele Menschen da sind und sich alle freuen auf einen wunderbaren Festspielsommer. Die Damen zeigen auch gerne ihre schönen Roben und gesehen und gesehen werden. Da schaut man natürlich auch gerne hin, oder? Absolut, schön anzuschauen. Darum fahre ich jedes Jahr her und ich freue mich schon. Salzburgerin, wenn man das größte Festival, Klassikfestival der Welt, das ist ja etwas Besonderes. Für uns ist es schon fast ein bisschen normal, aber solche Veranstaltungen sind eben nicht normal und da gehen wir gerne her. Und es ist ein Leuchtfeuer in die Welt, heute wieder in Österreich, in Europa, aber auch in die Welt. Und unser Außenminister hat gestern auch bei einem Empfang gesagt, Österreich ist eine Supermacht, nämlich in der Kultur. Und das sind wir und das zeigen wir heute auch wieder ganz klar. Und die Kultur ist einfach jetzt noch wichtiger, weil sie die Menschen zusammenbringt. Salzburg führt uns vor, dass nur wer weltoffen ist, auch Weltdrang haben kann. Das ist ein Signal, das wir glaube ich als Gesellschaft gerade gut brauchen können und deswegen komme ich auch jedes Jahr wieder sehr, sehr gerne her. Nicht nur Pflicht, sondern auch Kür. Ich freue mich immer darüber. Man trifft erstens einmal, wie man hier sieht, auch relativ viele Leute, kann wieder mal plaudern, ungezwungener. Und die Veranstaltungen sind natürlich großartig. Die Salzburger Festspiele stehen für das, was unsere Gründerväter schon manifestiert haben, das Beste in Oper, Konzert und Theater. Und wir freuen uns sehr, heute Abend die Eröffnung für einen wundervollen Festspielsommer zu machen. Wie kann man der Jugend vielleicht auch die Kultur näher bringen? Viele Institutionen vom Theater bis zur Oper bemühen sich ja um die Jugend. Und ich glaube, das ist auch relativ erfolgreich, weil es ja kaum irgendwo anders so viele auch jüngere Leute gibt, die in die Oper gehen und in Konzerte gehen, überall in Österreich. Es ist wirklich die Jugend schon mit einbezogen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, als Erwachsene und auch als Eltern Vorbilder zu sein und der nächsten Generation etwas Kulturelles, etwas hochwertig Kulturelles vorzuleben. Wie würden Sie die Rolle Ihres Lebens beschreiben? Was ist meine Rolle meines Lebens? Das ist eine gute Frage. Leoma König. Ja, genau. Gute Frage. Meine Lebensrolle ist einfach, freudig durchs Leben zu gehen und diese Freude auch zu verbreiten. Naja, ich bin ja nicht Schauspielerin, sondern Politikerin. Aber auch als Richterin damals hat man natürlich sich auch immer wieder versucht hineinzuversetzen in das, was man dann auch zu verhandeln hat. Also insofern ist mir das nicht ganz fern, aber als Rolle des Lebens würde ich das nicht bezeichnen. Meine Lebensrolle ist die eines, der versucht, Menschen etwas zu erklären, was sie selber auch nur schwer verstanden haben.